Man sagt, wer mit einer Bauchkrankheit stirbt, betritt das Paradies. Was kann man unter dieser Krankheit verstehen? Also wer an einer Bauchkrankheit stirbt, sagt der Prophet aus dem Stirb, den Märtyrer tot. Aber es ist aus dem Buch, die Reise des Jenseits. Warum ist dies? Allahu A'lam, die Hikma dahinter ist, dass die Bauchkrankheit oder das Sterben in Folge von einer Bauchkrankheit eine der schlimmsten Folgen oder eine der schlimmsten Arten vom Tod sind. Genauso wie man verbrennt, auch eine sehr schlimme Art von Tod. Wenn man ertrinkt, eine schlimme Art von Tod. Wenn das Haus einbricht und man durch die Steine und Brücke stirbt, auch eine schlimme Art von Tod. Das sind Todesarten, die mit Qualen verbunden sind. Und deswegen, Allahu A'lam, dann auch der Märtyrer tot dafür. Untertitelung des ZDF für funk, 2017